Also schauen wir uns diese Aufgabe zur kapazitiven Kopplung an. Wir haben auch wieder sowas. Wir haben zwei Nachrichtensysteme, also auch wieder zwei Kreise, die irgendwie in der Nähe sind, mit einer bestimmten Länge, mit einem Abstand zueinander und Kupferdrähte, Radien, das heißt, die sind wieder rund, die sind relativ dick. Ja, kann man sich überlegen, ist das irgendwie sinnvoll? Naja, wahrscheinlich nicht, aber also macht jetzt das Modell schön einfach, wenn die eben den gleichen Radius haben. Also was könnte das sein mit zwei Kilometer Länge und so? Also es könnte jetzt sein, wir haben sowas wie eine Oberleitung von einer Straßenbahn oder von einem Bahnsystem, meinetwegen. Ja, und dann brauche ich auch schon ein bisschen dickeren Radius, wenn ich da jetzt eine Bahn dran fahren lassen will an dem Draht. Und in der Nähe dazu hätte ich jetzt auch sowas wie so ein Telefonkabel oder irgendwie ein Signalkabel. Und das ist jetzt mal, das braucht eigentlich gar nicht so dick zu sein, weil auf dem Signalkabel habe ich ja nicht so viel Stromfließen und nicht so viel mechanische Belastung. Das ist jetzt mal aber als genauso wegangenommen. So, spezifische Leitfähigkeit von Kupfer haben wir wieder und wir haben eine Höhe über der Erde, 4 Meter. Ja, das könnte sowas sein wie die Oberleitung von einem Bahndraht, von einem Fahrdraht. So, und die Erde stellt für beide Nachrichtensysteme, hier fehlt mal irgendwie noch ein E, was seit 100 Jahren keinem aufgefallen ist, den Rückleiter dar und soll als unendlich gut leitend angesehen werden. Und da kann man sich auch überlegen, wie sinnvoll ist das? Naja, wahrscheinlich so mäßig, ja. Also Erde ist eben nicht super gut leitfähig, aber macht das Modell schön einfach. Also zumindest, wenn der Rückstrom irgendwie durch Schienen fließt, die haben dann eine ganz gute Leitfähigkeit, dann passt das schon. Wenn ich da jetzt wirklich nur Erde hätte, naja, keine Ahnung, mehr oder weniger gut. So, und jetzt haben wir irgendwelche Widerstände in dem Modell. 600 Ohm, keine Ahnung, wie sinnvoll das ist, aber könnte, also ist sowas mittelmäßig Großes. Und jetzt haben wir da auch nochmal 600 Ohm und 1 Kilohertz. Und dann kann man ausrechnen, also Kapazität einer langen Paralleldrahtleitung, das ist die, das ist dann die Kapazität zwischen den beiden Systemen und Kapazität einer Einzelleitung über Masseebene, das ist die Kapazität von den beiden zur Masse. Jetzt sollen wir erstmal ein Ersatzschaltbild skizzieren und alle Ersatzbauelemente bestimmen und das können wir bestimmt noch ganz gut machen. So, wie sieht jetzt dieses Ersatzschaltbild aus? Genau, also das zeichne ich mal so. Also ich mache mal hier unten die Masse und wir haben UG1, unseren ersten Generator und der hat einen Innenwiderstand. Das ist das RG1. Genau, und im Prinzip streng genommen, wenn wir jetzt mal so gucken, hätten wir natürlich auch noch einen Widerstand von dem Draht, den wir eigentlich berücksichtigen sollten. Und dann hat diese Leitung eine Kapazität gegenüber Masse, das ist das C von dem Draht und am Ende ist das wieder mit RL1 abgeschlossen gegenüber der Masse. Und hier oben muss ein Lötpunkt hin. So, das ist jetzt im Prinzip unser erstes System. Sehr richtig. So, was gibt es noch Schönes? Nochmal. It was so nice, they build it twice. Genau, und in der zweiten gäbe es eigentlich auch diese Quelle, aber die lasse ich jetzt einfach weg, weil die nicht an ist. Also hier haben wir auch ein RG2 gegenüber Masse. Wir haben im Prinzip auch irgendwo nochmal denselben Widerstand von dem Draht. Und wir haben ein RL2 gegenüber Masse. Und wir haben auch hier dieselbe Kapazität mit dem gleichen Wert gegenüber Masse. Zweites System. Und jetzt, was brauchen wir ganz unbedingt noch, damit das irgendwie diese Aufgabe widerspiegelt und dass wir hier oben dieses kapazitive Kopplung hinbekommen? Wir brauchen eine kapazitive Kopplung. Also wir brauchen jetzt hier diese Koppelkapazität. Und die muss jetzt genau dazwischen sein, also weil die ja diese beiden Systeme miteinander koppelt. Und jetzt kann man sich an dieser Stelle natürlich streiten, warum ist das jetzt genau hier und warum ist das, warum koppelt das nicht das am Anfang? Ja, oder also warum ist jetzt der Drahtwiderstand hier und nicht irgendwie hier zwischen? Oder warum ist dieser Drahtwiderstand hier und nicht hier zwischen? Naja, auch wieder alle Modelle sind falsch. Manche Modelle sind nützlich. Nämlich, wie hat Marco Saarstedt, der ja früher auch mal bei uns an der Uni war, jetzt glaube ich, in München ist, der hat auf seinem, als Spruch in seinem Twitter-Profil zu stehen, all models are wrong, some are wronger, irgendwie sowas. Oder manche Modelle sind falsch. Alle Modelle sind falsch. Manche sind noch falscher. Naja, also können wir wieder so annehmen, ja, so in erster Näherung, dass das irgendwie so ist. Also wir werden auch gleich sehen, wenn man jetzt mal diese ganzen Werte ausrechnet, dass wir diesen Drahtwiderstand aufgrund dieses vergleichsweise großen Querschnitts, trotz dieser großen Länge, gegenüber den relativ hoch obenigen Impedanzen, die sowieso auch wieder ins Gart drücken können. Also so doll wird das nicht sein, der Einfluss, den wir dadurch haben. So, okay. Also wir haben mal ein Ersatzschaltbild gezeichnet. Jetzt brauchen wir die Ersatzbauelemente. Also wie kriegen wir diesen Drahtwiderstand raus? Wieder mit unserer Bestimmungsform, die wir letztes Mal schon hatten. L durch Kappa mal R Quadrat mal Pi. Und dann suche ich wieder das Octave vor. Mach das mal ein bisschen was kleiner. Und mach mal ein Clear All, um mal hier irgendwie keine Werte aus der vorigen Aufgabe zu haben. Aber ich brauche auf jeden Fall das Kappa wieder. Die Länge ist jetzt zwei Kilometer, zwei E3 und der Radius, der ist in der Aufgabe R0 genannt. Nenne ich mal hier vielleicht auch R0, weil ja da noch vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, das ist ein Abstand mit dem R, keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund habe ich das jetzt R0 genannt. Das sind 4 Millimeter. So, und dann kann ich das Rd ausrechnen, genauso wie das Rdc mit dem L durch Kappa und mal Pi mal R0. Quadrat. So, und dann kommen da 686 Milliohm raus oder eben 0,686 Ohm. Naja, und dann sieht man schon, dass es auf jeden Fall irgendwie deutlich kleiner als hier Rg1 und so weiter und so fort. Also aus dem Grund können wir die relativ gut vernachlässigen. Unser Modell dann fallen die schon mal weg. So, dann bräuchten wir natürlich mal diese Werte hier für das Ck und das Cd. Die können wir einfach ausrechnen, wenn wir die Werte einsetzen. Dann brauchen wir wieder das Epsilon. Das hatten wir vorhin schon mal. Das waren die 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter. und die setzen wir jetzt auch einfach ein und rechnen das eben aus. So, und dann kommt heraus, für das Ckoppel, also und vielleicht brauche ich erst mal das Epsilon. Das sind dann 8,854 mal E minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter pro Voltmeter pro Voltmeter pro Voltmeter pro Voltmeter. durch so, der LN in Octave und in MATLAB und so heißt immer Log und jetzt einfach Log S durch R0 und dann wird das fehlschlagen, weil ich das S noch nicht definiert habe, aber das ist egal. S ist undefined und dann setzen wir S auf diese 30 cm das sind 0,3 m. Und dann kommen da im Prinzip ein paar Nano Farad raus. Ja, wenn ich das mal in mal 1 in 9 rechne, 12,8 Nano Farad. Erscheint das sinnvoll? So von der Größenordnung her? Kann schon so sein, ja. Und ich meine, wenn man von den Einheiten hier guckt, S durch R kürzt sich die Einheit genau weg, soll ja auch so sein, Logarithmus von was Einheitenlosen und hier oben haben wir Y mal L. Y steht hier, mal eine Länge kürzt sich das Meter weg an der Stelle und dann bleiben Ampere Sekunden pro Volt. Das macht genau Farad. Ja? Okay, also 12,9 Nano Farad klingt nicht so wahnsinnig viel, ist auch nicht viel, aber naja, ist eben trotzdem irgendwie da. Und jetzt können wir auch gleich einen Spaß machen, da brauchen wir jetzt noch die Höhe, die gebe ich schon mal vorher an, Höhe sind 4 Meter. für diese andere Kapazität hier, für das C, D, die Kapazität zwischen dem, der Masse und der Erde und das ist 2 mal Pi mal Y und L und hier unten steht 2 mal H durch R0. Also eigentlich steht da, ist das die gleiche Formel, das ist einfach so spiegelbildsymmetrisch, dass das so passt, das sind jetzt 14,6 Nano Farad. die wir hier drüben haben. Okay. Und ja, damit haben wir eigentlich alle Bauelemente, alle Bauelementwerte bestimmt. Jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Schauen wir uns mal Aufgabenteil B an. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die in den zweiten Leiter kapazitiv eingekoppelte Störspannung bezogen auf U1, wenn der Leiter 2 unbelastet ist, das heißt offene Enden an beiden Leitungsenden. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dieser Widerstand ist nicht da und dieser Widerstand ist auch nicht da oder der geht praktisch gegen unendlich und der geht auch gegen unendlich. Also hier oben habe ich ja gesagt, hier bei der anderen Näherung, wir sagen, der ist null, der wird zu einem Kurzschluss, die werden jetzt zu einem Leerlauf. So, und wo finde ich jetzt in diesem Ersatzschaltbild hier oben, wo finde ich jetzt diese Störspannung U2, die im zweiten Leiter eingekoppelt wird? Genau, das ist die Spannung hinten, das ist eben die über dieser zweiten Leitung von der zweiten Leitung auf Masse bezogen. So, sehr gut. Und jetzt ist eigentlich die Frage, naja, wie kann ich denn bei Teil B, wie kann ich denn jetzt diese zweite Spannung da irgendwie ausrechnen? Wenn ich hier oben auf dieses Schaltbild schaue. Also wir, ja? Genau, also wir haben U1 und das teilt sich natürlich irgendwie auf in, was hier rüber abfällt und was irgendwie über diesen Rest der Schaltung abfällt. Genau, und das teilt sich auf diese beiden hinten auf. Also das schreit so ein bisschen oder ruft zumindest aus der Entfernung, ruft das nach Spannungsteilerregel und das lässt sich auch in Spannungsteilerregel lösen. Ja, und also das heißt, wir brauchen jetzt mal als erstes diesen Spannungsteiler hier hinten. Und da hätten wir jetzt, also Spannungsteilerregel funktioniert ja so, Teilspannung ist so wie Teilimpedanz zu Gesamtspannung und Gesamtimpedanz. Also wenn ich die Teilspannung haben will, brauche ich die Teilimpedanz, das wäre das Zcd geteilt durch das Zck plus Zcd. Teilimpedanz durch Gesamtimpedanz mal Gesamtspannung und Gesamtspannung wäre jetzt irgendwie diese hier, die nenne ich mal mal U1, weil das ja die über der ersten Leitung ist. So, und tja, diese Spannung U1, wie kriege ich die jetzt raus? Das ist wieder ein Spannungsteiler. Naja, und ich meine, also streng genommen müsste ich das jetzt so machen, ich müsste jetzt diesen ganzen Teil dieser Schaltung hier hinten nehmen, ja, und den eben teilen durch RG1 plus diesen ganzen Teil der Schaltung hier hinten. So, und das sieht nach Schmerz und nach Arbeit aus, und ist es im Prinzip auch und deshalb machen wir jetzt erstmal Trick 27, wir rechnen erstmal das hier oben aus oder wir rechnen erstmal diese Impedanzen aus. Also, wie rechne ich das Zcd aus? Zcd sollte die Impedanz sein von dieser Kapazität hier. Eins solcher oder Omega 10, ja, so, also 1 durch J Omega c d. So, und genauso kann ich auch das Zck natürlich ausrechnen. So, und das mache ich jetzt natürlich wieder in Octave und dafür brauche ich jetzt erstmal eine Frequenz, das sollte ein Kilohertz sein und aus der kann ich wieder ein Omega ausrechnen und dann kann ich das Zcd ausrechnen, indem ich eben rechne 1 durch J durch Omega durch Cd und dann sieht man, dann kommen da praktisch Kiloohm raus, ja. also, wenn ich das jetzt mal nehme und durch 1e3 teile, nicht gleich 1e3, durch 1e3, ja, dann kommen da 10,8 oder 10,9 Kiloohm raus, wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache für Zk und das Zck ausrechne, dann kommen da 12,3 oder 12,4 Kiloohm raus, also 10,9 und 12,4 10 Komma 9 Kiloohm ähm, ich schreibe das gleich noch richtig hin und das waren 12,4 Kiloohm und hier muss natürlich eigentlich noch ein Minus J davor, ja, wenn ich das jetzt so komplex hinschreibe, ähm, Minus J wegen 1 durch J und rein imaginär bei Kapazität und negativer Imaginärteil und sowas, so. Also, ähm, das sind jetzt irgendwie 10, 11, 12 Kiloohm, das sind 10, 11, 12 Kiloohm. Wenn ich jetzt die in Reihe schalte, kommt da ungefähr was bei raus? Na ja, ein paar und 20 Kiloohm. Ja? Ich, ich, ich addiere die ja, also bei Impedanzen kann ich die jetzt ja einfach addieren. So. Jetzt habe ich hier irgendwie so 20 Kiloohm, irgendwas, ein paar und 20 Kiloohm. Hier habe ich wieder irgendwie diese, diese 11 Kiloohm und jetzt habe ich hier 600 Ohm. So. Was gewinnt? Die 600 Ohm, ne? Der Strom geht den Weg des geringsten Widerstands, der geringsten Impedanz. Also, die Quelle macht mir hier einen Strom und der Strom wird eben über den Widerstand hier, oder, genau, also über die Last zurück zur Masse fließen. relativ wenig von dem Strom, ähm, als zumindest, wenn ich mir nur das hier vorne angucke, wird eben hier hinten lang gehen und hier lang gehen, ist ja auch klar, das ist ja nur irgendeine parasitäre Koppelimpedanz, das ist auch nur so eine parasitäre Koppelimpedanz. Koppelimpedanz. Also, diese 600 Ohm hier, die gewinnen eben. Ja, die sind, die sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es hier diesen Spannungsabfall gibt, ähm, im Vergleich zu dem, also, in, in, in Bezug auf das, was hier vorne in der Schaltung passiert. Also, das heißt, wenn ich hier vorne so einen Spannungsteiler aufschreibe, dann kann ich da vorne eben einfach nehmen, RL1 durch, RG1 plus RL1 mal UG1. So, und, das heißt, wenn ich das hier vorne mache, ähm, was kommt dabei raus, schönes? Ein Halb, ja, weil hier stehen 600, 600, 600, da kommt genau ein Halb UG1 raus. So, und die kann ich jetzt natürlich hier oben einsetzen, und, ähm, naja, hier kann ich jetzt auch, ich meine, das ist ja alles sowieso sehr vereinfacht, ähm, ich kann es auch natürlich einfach diese Werte einsetzen, aber so roundabout könnte ich eben sagen, das sind hier ungefähr 11, das sind auch wieder ungefähr 11 oder 12, also, hier oben kommt nochmal so ein Faktor 1,5 raus, ungefähr, ne, ähm, also hier oben steht ja das ZCD, das ist ein bisschen kleiner als das ZCK, also hier oben kommt nochmal ein bisschen weniger als ein Halb raus, das, das ist jetzt, das rechne ich jetzt mal wirklich nochmal in Oktav aus, äh, äh, ich meine, ich meine, ich umsonst haben wir jetzt irgendwie diese Werte hier ausgerechnet, aber, ähm, U2 ist, oder U2 zu U1, ja, also ist 0,5, erster Spannungsteiler, und der zweite Spannungsteiler macht eben ZCD, geteilt durch ZCK plus ZCD, und dann sollte da insgesamt eben sowas wie ein Viertel rauskommen, ein bisschen weniger als ein Viertel, und das ist so, das sind nicht 25%, sondern 23,4%, also kann ich mal hier hinschreiben, das sind 23,4% mal UG1, so, und das kann man sich jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ähm, also das heißt ja, egal was ich hier vorne für eine Spannung habe, ich messe ungefähr ein Viertel von der Spannung in meinem zweiten Kreis, ja, und das ist, das ist eben doch ziemlich übel, ja, also weil wenn ich jetzt, ich meine, wenn das jetzt eine Bahn ist, ähm, dann wird die ja irgendwie schon mit Kilowolt oder ein paar Kilowolt oder so betrieben, dann ist das eben keine wahnsinnig gute, die Idee jetzt, ähm, dann eben so ein sehr hochohmig betriebenes Nachrichtensystem zu haben, weil ich einfach in dem super hohe Spannungen, ähm, auch, ja, also durch diese kapazitive Einkopplung messbar habe, und ich meine, das Problem ist eben hier, dass diese Koppelkapazität, ja, dass die hier praktischen Strom einprägt, und der, der Strom weiß einfach nicht wohin, weil das ja hier hochohmig ist und hier hochohmig ist, und der Strom kann dann eben nur durch diese zweite Koppelkapazität, sozusagen, gegenüber Masse abfließen, und macht dann, ähm, ja, also, obwohl die relativ klein ist und da ein kleiner Strom kommt, wenn ich jetzt den Strom ausrechnen würde, der Strom wäre gar nicht so groß, aber der Strom sieht eben leider auch nur eine hochohmige Last, und deswegen macht er dann eine relativ große Spannung in dem Fall. Und das heißt, was jetzt hier helfen würde, ähm, ist, ja, wir machen diesen zweiten Kreis einfach niederohmiger, ja, also wir machen eben auch hier ähnlich große Lastimpedanzen, wenn wir den zweiten Stromkreis jetzt auch mit 600 Ohm, 600 Ohm abschließen, das werden wir heute nicht mehr machen, ähm, sondern das verschieben wir einfach mal aufs nächste Mal, das ist ja auch das Schöne, dass man das hier alles online schreibt, weil dann kann man das alles abspeichern, und, äh, nächstes Mal einfach wieder aufmachen, nicht wie bei einer Kreidetafel, und, ähm, ja, aber, Spoiler Alert, das, was jetzt hier beim zweiten Teil passieren wird, ist, das wird deutlich, deutlich kleiner werden an der Stelle, ähm, zumindest so die Hoffnung. Und bei den Berechnungen sind begründete Näherungen zulässig, ja, die haben wir jetzt gemacht, also wir haben jetzt hier mal schon sehr begründet genähert, und dann sieht man dann, ja, ja, ähm, also, verübrigen sich hier so komplizierte Sachen, dann wird das hier deutlich einfacher. Das ist jetzt natürlich auch so eine Aufgabe, ähm, die so ein bisschen danach schreit dann mit diesem Ersatzschaltbild, mal ohne diese ganzen Näherungen, das auch nochmal in 80 Spice zu rechnen. Das werden wir dann beim nächsten Mal auch nochmal machen, auch weil man dann natürlich das mal für verschiedene Frequenzen noch machen kann, und, äh, sich mal angucken kann, wie sich das so ein bisschen über der Frequenz verhält, ähm, bis jetzt machen wir das halt nur für eine Frequenz, und, äh, also so gewisse Näherungen sind natürlich auch nur jetzt für diese Frequenz gültig, ja, weil zum Beispiel diese Impedanz hier, die wird sich ja über der Frequenz ändern, ähm, und, ja, wenn man das hier wieder streng genommen macht, dieser Widerstand, der wird sich auch über der Frequenz ändern, aber das werden wir jetzt nicht in das 80 Spice-Schaltbild reinbringen. Ich meine, eine Sache, ähm, die, die auf jeden Fall noch diskussionswürdig ist, und deswegen würde ich die heute noch, äh, als, als letzten Punkt ganz gern besprechen ist, dieses Ersatzschaltbild, so wie wir das jetzt hier gezeichnet haben, mit, wir nehmen an, dass, wir die, die, die ganze Leitungsimpedanz, oder den ganzen Leitungswiderstand in einen so einen Drahtwiderstand reinpacken, und dass wir sozusagen eine, ähm, Kapazität gegenüber Masse jeweils nehmen, und eine, gemeinsame Koppelkapazität zwischen den Leitungen, das funktioniert natürlich nur, weil, wovon, wovon hängt das ab, oder wann, ab wann, oder in welchem Fall müsste man ein deutlich komplizierteres, ähm, Ersatzschaltbild nehmen, wo man noch Leitungsinduktivität mit reinnimmt, wo man noch sagt, naja, da gibt es nicht nur eine so eine Koppelkapazität, sondern da gibt es mehrere, die irgendwie entlang der Leitung wirken, genau, also wenn wir, wenn wir eben, wenn wir so ein Hochfrequenzersatzschaltbild machen, also, wo steht denn hier unsere Frequenz, wir haben hier eine Frequenz von einem Kiloherz, ja, ähm, bei, wie kann man auch einfach rechnen, bei 100 Megahertz hat man drei Meter Wellenlänge, das weiß man so aus der Hochfrequenztechnik, oder aus der EMV, ja, wenn ich ein Megahertz habe, habe ich 300 Meter Wellenlänge, ja, oder bei 10 Megahertz habe ich 30 Meter, bei einem Megahertz habe ich 300 Meter, bei einem Kiloherz habe ich 300 Kilometer, rechne ich jetzt richtig, 300 Meter, ja, genau, 300 Kilometer, genau, 300 Kilometer und 300 Kilometer, das ist auf jeden Fall viel, viel, also, auf jeden Fall noch deutlich länger als die 2 Kilometer, also die 2 Kilometer, das funktioniert jetzt hier, weil das L eben viel, viel, viel kleiner ist als Lambda, ja, und Lambda können wir ausrechnen aus C durch F, und im Prinzip, das ist sowas, das hätten wir mal am Anfang noch machen müssen, mal Wellenlänge ausrechnen und sagen, okay, das ist viel, viel, viel kleiner als die Wellenlänge, und dadurch können wir dieses einfache Ersatzschaltbild nehmen, und wenn das dann irgendwann nicht mehr gegeben ist, dann müsste man eben ein deutlich komplizierteres Ersatzschaltbild nehmen, nicht mit, wir haben jetzt ein Ersatzschaltbild gezeichnet mit konzentrierten Parametern, und eigentlich bräuchten wir dann ein Ersatzschaltbild mit verteilten Parametern, mit einem echten Leitungsmodell entlang der Leitung, mit sozusagen vielen kleinen Längsinduktivitäten der Leitung, Querkapazitäten und Längswiderständen und so, und dann würde das aber alles deutlich, deutlich, deutlich komplizierter werden, dann würde das auch nicht mehr wirklich Spaß machen, das in LTSpice zu rechnen, dann wäre es im Prinzip schon schlau, wirklich irgendwie einen Heldsimulator zu nehmen und kein Netzwerksimulator. Die Idee von diesem, das was wir jetzt hier auch bei galvanischer Kopplung gemacht haben, und jetzt eben auch bei kapazitiver Kopplung, ist ja immer das einfach in ein Ersatzschaltbild zu pressen, was man dann wieder mit Netzwerktheorie und Langenelektrotechnik mit einem Netzwerksimulator ausrechnen kann.